Mein Name ist Nico Hossein, ich bin Geschäftsführer und CEO bei der Lobster Logistics Cloud. Ja, die Kooperation mit Riege ist wirklich ein, würde ich sagen, perfect match aus der Zusammenarbeit, die wir vor ein paar Jahren gestartet haben, ist tatsächlich ein Erfolgsmodell geworden. Wir kombinieren eigentlich idealerweise die Produkte von Riege mit unseren Fähigkeiten im Bereich der Schnittstellen und der Anbindung bei Kunden. Mein Name ist Alina Rosenberg und ich bin Head of Sales bei Logistics Cloud. Scope Kunden haben den großen Vorteil vom Service der Logistics Cloud, dass wir Scope reibungslos in deren IT-Landschaft integrieren, ohne dass dabei selber IT-Kapazität benötigt wird. Das heißt, wir quasi haben Schnittstellen, die Scope bereitstellt in der Logistics Cloud als Adapter zur Verfügung und können so einen automatisierten Datenaustausch mit beispielsweise externen Parteien wie Agenten oder Kunden oder auch Dienstleistern ermöglichen und dadurch im Grunde eine Transparenz der Sendungsströme entlang der ganzen Lieferkette ermöglichen.